ja hallo liebe leute es geht weiter das soll erst mal nun info video werden warum keine videos gekommen sind ich hatte ja schon mal in einem video ich glaube im letzten video gesagt dass ich probleme habe und es war auch so die kraft gegen mit mal gar nicht mehr ich muss mich jetzt erst mal ist wieder neu besorgen jetzt habe ich die neue grafikkarte halt eingebaut alles ist jetzt habe ich auch natürlich wieder gucken können was eigentlich los ist und ich habe erfahren dass sich hier auch wieder einiges getan hat paar update eine neue map ist raus und so weiter und so fort ja das wollte ich euch auf jeden fall erst mal noch berichten die lautstärke und so weiter wird noch angepasst da bin ich noch dabei weil wie gesagt ich habe jetzt erst mal alles soweit fertig gemacht und so fort und werde vorab doch ein bisschen rein schnüffeln was sich so geändert hat dass ich wieder rein komme in die ganze materie ja das sollte erst mal reichen bis info video und danke dass alle dabei geblieben sind und nicht weil wir sich woanders oder deabonniert oder wie auch immer es geht weiter leute ich habe auch die kommentare unter die videos gelesen es geht weiter macht euch keine sorgen nur wenn die technik nicht mitspielt ja was wollen wir denn da machen da können wir nicht mehr viel machen auf jeden fall geht es dann hier weiter und ich hoffe wir kriegen noch diesen kanadischen zander dass wir dennoch bekommen ich hoffe es ansonsten weiß ich nicht da muss ich auch gucken ob sie da noch wieder was geändert hat an köder mäßig oder so weiter also die ich kann jetzt nicht genau sagen ob jetzt nach dem info video gleich wieder ein video kommt oder erst morgen ein video kommt aber laufen die tage kommt dann das neue video also seid gespannt es geht weiter also schön den kanal beobachten das nächste video kommt und danke für eure geduld bis dahin tschüss